Gude Südhessen wird präsentiert von odenwaldmobil.de, dem Mobilitätsportal für den Odenwaldkreis. Immer mobil, sieben Tage die Woche zu fast jeder Uhrzeit. Alles Wichtige auf odenwaldmobil.de Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. August. Wie lautet in Südhessen das Fazit zum 9-Euro-Ticket? Wie ein Autofahrer zum Wilderer wird. Obduktion nach Achterbahnunfall, Todesursache steht fest. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Rund drei Wochen vor dem Ende des nie da gewesenen bundesweiten Verkehrsexperiments mit dem 9-Euro-Ticket fallen die Zwischenbilanzen von Nahverkehrsakteuren in der Region uneinheitlich aus. Während der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, VRN, das zur Entlastung der Bürger eingeführte Angebot vorläufig als Misserfolg wertet und die eigenen Erwartungen verfehlt sieht, berichtet die lokale Nahverkehrsgesellschaft Kreis Groß-Gerau, LNVG, über erste Ergebnisse im Bereich dessen, was wir erwartet haben. Beim Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV könne man zum jetzigen Zeitpunkt zur finanziellen Bilanz des 9-Euro-Tickets noch keine Einschätzung abgeben, erklärt dessen Sprecher Maximilian Mayer am Mittwoch auf Anfrage. Zwei Feststellungen seien aber bereits möglich, die Fahrgastnachfrage war vor allem im Freizeitverkehr auf schnellen überregionalen Verbindungen sowie in touristisch herausragenden Regionen hoch. Und, die Nachfrage habe dank des 9-Euro-Tickets etwa dem Niveau vor Corona entsprochen. Dies sei angesichts der Tatsache, dass immer noch verbreitet im Homeoffice gearbeitet wird, durchaus bemerkenswert, erklärt Mayer. Der Verbund kommt aus einem tiefen Tal, während der Pandemie und der dadurch bedingten Lockdowns war die Fahrgastnachfrage im RMV zeitweise auf ein knappes Drittel des üblichen Niveaus zurückgegangen. Wenn es gekracht hat, warum tote Tiere nach Verkehrsunfällen nicht im Kofferraum verschwinden dürfen. Es ist ein aktenkundiger Fall, ein Autofahrer überfährt in den frühen Morgenstunden einen Hasen. Er hält an, packt das tote Tier in den Kofferraum, begibt sich Stunden später zur Dokumentation des an seinem Fahrzeug entstandenen Schadens mit dem Kadaver als Beweisstück zur Polizei und hat ein gravierendes Problem. Denn mit seinem Verhalten hat der Mann den Tatbestand der Jagdwilderei erfüllt. Kaum im Bewusstsein der Bevölkerung verankert ist ein Aspekt, der wie im Fall des überfahrenen Hasen für den am Unfall beteiligten Autofahrer ganz erhebliche rechtliche Folgen haben kann. Es geht um die Mitnahme eines getöteten Wildtieres, sei es nun zu späteren Beweiszwecken oder aber zum Verzehr. Beides ist nach Angaben des Groß-Gerauer Forstfachmanns Klaus Fellbecker zwar die Ausnahme, erfüllt aber den Tatbestand der Wilderei und ist somit strafbewehrt. Das Thema Wildunfälle und deren Folgen treibt nicht nur den Forstfachmann um. Mit einer durchschnittlichen Schadenshöhe von 3.100 Euro stehen Verkehrsunfälle mit Rehn, Borstenvieh und anderen Wildtieren auch im Fokus der Versicherer. Rund 272.000 Wildunfälle auf deutschen Straßen weist die Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, für das Jahr 2020 aus. Die im Freizeitpark in Klotten an der Mosel ums Leben gekommene Frau ist durch den Sturz aus der Achterbahn gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mit. Der Anfangsverdacht einer Straftat habe sich bislang nicht ergeben. Wann ein in Auftrag gegebenes Gutachten zu dem Vorfall vorliege, sei noch nicht absehbar. Unterlagen zu der Achterbahn seien sowohl von der Aufsichtsbehörde als auch vom Betreiber zur Verfügung gestellt worden. Sie würden zurzeit ausgewertet, darüber hinaus würden Zeugen vernommen. Am vergangenen Samstag war das 57 Jahre alte Opfer aus dem saarländischen St. Wendel aus der fahrenden Achterbahn gestürzt. Der Park hat seit Dienstag wieder für Besucher geöffnet, die Achterbahn blieb aber zunächst stehen. Grund dafür ist, dass der Kreiskochenzell den Betrieb der Bahn vorübergehend untersagt hat. Zuerst müsse der TÜV die Sicherheit des Fahrgeschäfts prüfen, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Bei der Achterbahn handele es sich um einen Sonderbau. Nach Unfällen, bei denen Menschen zu Schaden gekommen seien, müssen solche Anlagen auf die Betriebs- und Standsicherheit geprüft werden. Erst wenn die Freigabe durch den TÜV erfolge, könne die Achterbahn wieder in Betrieb genommen werden. Nun ein Blick auf den Ukraine-Krieg und die Folgen. Die Inflation in Deutschland hält sich trotz Entlastungen durch 9, Euro, Ticket und Tankrabart hartnäckig über der Marke von 7%. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sich diese für einen Euro weniger leisten können. Die Menschen müssen eine Analyse zufolge rechnerisch inzwischen länger arbeiten als noch vor zwei Jahren, um bestimmte Produkte kaufen zu können. Hoffnung auf einen anhaltenden Rückgang der Inflation können sich die Verbraucherökonomen zufolge vorerst nicht machen, im Gegenteil. Bundeskanzler Scholz hat sich trotz der Probleme bei der Energieversorgung zuversichtlich geäußert, dass Deutschland eine Gaskrise bewältigen kann. Mit Blick auf den Fall, dass Deutschland kein Gas mehr bekomme, sagte Scholz, deshalb haben wir sehr, sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die jetzt dazu beitragen, dass es zwar haarig und eng werden kann, aber wir eine Chance haben, durch diese schwierige Situation durchzukommen. Er nannte als Beispiele für Maßnahmen der Bundesregierung den Bau von Pipelines an die norddeutschen Küsten, den Bau von Flüssiggasterminals und das Füllen der Gasspeicher. Zudem hat der SPD-Politiker eine positive Haltung zur Hilfe der Bundesregierung für die Ukraine wahrgenommen. Mein Eindruck ist schon, dass es eine breite Unterstützung gibt dafür, dass wir die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf unterstützen, so Scholz. Die Menschen wüssten, dass es Konsequenzen habe, aber dass diese zu ertragen seien, wenn wir zusammenstehen und es gemeinsam anpacken, was jetzt zu tun ist. Kommen wir zum Schluss zum Fußball und zum Supercup-Finale. Besser als beim 1 zu 6 gegen die Bayern, aber nicht gut genug für Real Madrid. Die Frankfurter Eintracht hat das Supercup-Finale gegen den Champions-League-Sieger aus Madrid mit 0 zu 2, 0 zu 1, verloren. Vor gut 30.000 Zuschauern im Olympiastadion von Helsinki war Real der verdiente Sieger gegen eine immer gut kämpfende, manchmal auch gut spielende Eintracht. Doch wie die Bayern am letzten Freitag war auch Real eine Nummer zu groß für die Frankfurter. Das Team von Real Madrid traf durch David Alaba und Karim Benzema und war im Grunde nie in Gefahr dieses Spiel zu verlieren. Für die Eintracht war alleine die Teilnahme an diesem Finale ein Erlebnis. Und vor allem war es eine gute Übung für die bevorstehenden Champions-League-Spiele. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de VAM. 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 Vielen Dank.